Es kann Ihnen tausende von Dollar sparen, wenn Ihr Dach undicht ist. Wenn Sie zu Hause Probleme mit Wasserlecks haben, sprühen Sie es einfach mit diesem wasserfesten Leckschutzspray ein. Und es macht Lecks wasserdicht und repariert, ohne dass es zu Undichtigkeiten kommt. Kein Geld mehr für Arbeiter ausgeben. Verwenden Sie es, um Dachlecks, Außenwandrisse und Rohrwurzellücken zu reparieren. Sofort aufsprühen, um Lecks zu stoppen und schnell zu reparieren. Ein Sprühstoß bildet schnell eine auslaufsichere Schicht, die stark und fest, wasserdicht und frostsicher sowie beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen ist. Stoppen Sie Leckagen schnell mit nur einem Spray und in 20 Jahren keine Lecks mehr. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.